Pefra, Ihr Partner für Spezial-Elektrofahrzeuge und Anhänger. Wir produzieren in Bayern, für die ganze Welt. Unsere qualifizierten Mitarbeiter gewährleisten höchste Qualität unserer Produkte. Individuell gefertigte Anhänger tragen und schützen ihre Waren bis zu 160 Tonnen. Hier ein Modell mit fixiertem Ladungsträger. Größte Flexibilität mittels Cabrioverdeck. Und was glauben Sie, was unser Jungo erst alles kann? Die fahrerlosen Transportsysteme für jeden Einsatzzweck erhöhen Ihre Produktivität. Profitieren Sie vom Know-how unserer Spezialfahrzeuge.